So, genug Zeit geschindet, die Lach-Hochschule liegt vor uns und heute werden wir auch endlich den Weg dorthin antreten. In der letzten Folge gab es halt noch ein paar Goodies, die ich einsammeln wollte und deshalb haben wir es nicht mehr ganz geschafft, die Schule zu betreten, aber heute ist es soweit. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, denn Luke Miller ist hier. Zusammen mit der Sternbohne und sie rechnet nicht mit uns. Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite und können der Hexe ein Ende machen. Hilfe, rette sich, wer kann! Sieht so aus, als wäre hier schon einiges im Gange. Mario, Luigi, es ist soweit. Lasst es uns beenden. Warum liegt er da? Luke Miller, in diesen heiligen Hallen der Wissenschaft verwandelt den Lehrkörper der Lach-Hochschule in ekelhafte Monster. Was treibt Luke Miller hier? Er hat sich verwandelt! In ein Baby-Monster. Lasersniffet offiziell. Sagt für mich aber immer so aus, als hätte er einen Schnuller im Mund. Ist wahrscheinlich auch so. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er angreift. Daher, äh, lasst ihn uns doch lieber besiegen. Keine Sorge, wir werden natürlich noch mehreren von diesen Viechern begegnen. Und, äh, dann auch zwangsläufig mal mit ihren Attacken konfrontiert werden. Jetzt gibt's aber erstmal Level 16 für Lu-Lu-Luigi. Und der wird... ...auf Angriff gebufft, oder? Bart vielleicht? Ah! Das ist alles so mittelmäßig, ne? Ich spendiere ihm Angriff. Plus 3, 70 hat er da jetzt. Das ist für Luigi zum heutigen Zeitpunkt eigentlich schon recht nice. Und was ist das? Leichtsprungstiefel? Ähm, die hat man im Original aber an der Stelle nicht bekommen. Uh. Für Sprünge unter Einfluss von Schwerkraft oder Leichtkraft oder aber mit Bruder im Gepäck. Dicker, was? Haha, ich verstehe gar nichts. Für Sprünge unter Einfluss von Schwerkraft oder Leichtkraft. Ich hab so gar keinen Plan, was das zu bedeuten hat. Also, die Erklärung könnte auch besser sein. Ähm, selbstverständlich könnten wir es auch einfach... Oh, sieht das geil aus hier. Alter! Wir könnten es auch selbst rausfinden. Ähm, aber ich verlasse mich da einfach mal auf euch, Leute. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Also, dieser Raum hier sieht so was von viel, viel geiler als im Original aus. I like that. Und auch die Mucke ist sehr, sehr dumpfer, geheimnisvoller und beängstigender. Also, da haben die Entwicklern einen guten Job gemacht. Nachbohne und ein Ereignisblock. Ja, man sieht schon, also wir können hier nicht einfach so durchspazieren. Ludmilla hat sich ein bisschen abgesichert. Für den Fall der Fälle. Einige Rätsel müssen gelöst werden, sonst kommen wir da nicht durch. Okay, das hat sich wieder umgedreht, ist aber auch nicht so schlimm. Das Ganze ist nämlich für den Moment ohnehin irrelevant. Man kann ja schon erkennen, da sind Spiegel. Ziemlich viele Spiegel. Und das wiederum heißt, wir müssen Licht leiten. Aber dazu sollten wir erstmal den Ursprung finden. Gut, damit wir diese Lasersniffel jetzt wieder schön wegballern, schlage ich vor, mit Platschbrüder anzugreifen. Boom! Und anschließend noch mit Tropfbrüder. Also, jeweils eine Brows Attack dürfte ausreichen, um sie zu killen. Ja, so ist es. Volle Belohnungen gibt es auch noch. Vielleicht kommt ja auch nochmal eine Hose oder ein Orden mit in meine Tasche. Aber momentan gibt es erstmal Level 16 für Mario, der allerdings 0 bei Baby hinzubekommen hat. Gefällt mir nicht. Deswegen reagiere ich darauf mit einer 4. So muss das sein. Lassen wir uns nicht beaten hier, mit den schlechten Level-Ups. Was ist denn das für ein Typ da an der Wand? Ist das so ein Professor? Na, von dem möchte ich aber nicht unterrichtet werden. Und da sind gleich noch mehr von diesen Biestern. Ah, und direkt der nächste neue Gegner. Aber komm, diesmal lasse ich sie alle mal angreifen. Wir wollen ja nicht so sein. Huch, da ist er schon wieder gestorben. Aber ich glaube, der Jojo-Bruder, der hält ein bisschen mehr aus. Der ist auch etwas schwieriger zu kontern, ne? Okay, das rote Jojo geht logischerweise auf Mario und das grüne auf Luigi. Und hier hat man das Timing eigentlich auch ganz gut drauf. Allerdings, der Laser-Kreis kommt etwas langsam angeflogen. Also man muss sich dann ein bisschen Zeit lassen mit dem Springen. Okay, weiß ich dann fürs nächste Mal. Das ist ja okay. Hauptsache, wir haben mal die Gegner zum Zuge kommen lassen. Soll ja schön fair bleiben hier. Jetzt sind es schon zwei von diesen Jojo-Brüdern, okay. Lass mal sehen. Kriege ich das hin, alle Gegner zu besiegen? Eventuell. Eventuell, mal schauen. Erstmal Platzspieler raushauen. Zack, bumm. Nein, selbst das tankt der. Ja gut, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Schlagbrüder Plus übrig. B, A, B, A, B, A. Komm, wir probieren's. Es war zwar exzellent, aber gereicht hat es nicht. Ich glaube, ich habe aber auch manchmal, ähm, zu spät mit Mario gedrückt, sodass ich nicht den maximalen Schaden rausholen konnte. Oh damn! Eigentlich ist das relativ einfach, ähm, diesem Laser-Kreis auszuweichen. Also hatte ich zumindest nie Probleme im Original, aber hier ist schon zwei Hits hinnehmen müssen. Hm. Das muss beim nächsten Mal dann aber wirklich hinhauen, okay? Mario, Luigi, so geht das nicht. Wow. Über 100 dp. Lohnt sich. Und speichern lohnt sich auch. Ich predige das ja immer wieder, Leute. Auch vor allem in Pokémon. Speichert immer, wenn ihr könnt. Und, denn manchmal vergisst man es oder die Konsole geht leer und man bemerkt es nicht und dann ist alles weg. Der ganze Fortschritt ist weg. Oh yeah! Wenn einem das passiert, dann ist es natürlich schwer, die Motivation zu finden und... Nein! Wow. Und wieder alles zu zocken. So, diese Viren, die kennt man aus Dr. Mario. Die sind auch hier am Start und sie können eigentlich relativ einfach besiegt werden. Wenn es mehr als einer ist... Oh, jetzt ist es ja heiß. Also wir haben mal angreifen. Äh, wenn es mehr als einer ist, dann einfach beide auf eine Farbe bringen. Und dann sterben sie instant. Das Einzige, was man wissen muss, ist die Farbabfolge. Da tue ich mir aber... Ah, dammit. Immer ein bisschen schwer. Also der ist jetzt blau. Oh, Freund hat er aber nicht so schnell angegriffen. Warte mal. Also er wird jetzt gelb, ne? Warte mal. Ich versau jetzt mit Absicht des Timing, damit wir nicht so viel Schaden machen. So, weil er muss ja einfach nur rot werden. Genau. Und dann sterben beide. Tipptopp. So, jetzt darfst du mal anreiten. Er tanzt ein bisschen rum. Er macht seltsame Geräusche. Das irritiert mich auch ehrlich gesagt komplett. Gab es im Original nämlich auch nicht. Ach, stimmt. Der hat jetzt auch so eine Samba-Hose. Wie nennt man das denn? Wie? Was die Leute hier auf Hawaii tragen. Ihr wisst schon, was ich meine. Es sah so ähnlich aus. Warum auch immer. Also den Gegner haben sie wohl ein bisschen verändert. Vom Look her. Sonnentor und Blöcke-Labor. Hm. Oh. Wir wollen erstmal hier die Sephone. Green Sephone. Ist ja schön. Haben wir irgendwas verpasst? Nee, ne? Das darf natürlich nicht passieren. Aber die meisten Gänge laufen wir sowieso nochmal ab. Von daher. Etwas zu verpassen wird schwer. So, und hier in diesem Labor gönnen wir uns doch jetzt erstmal ein bisschen Money, oder? Fail. Gibt kein Money. Verarsche. Was soll denn das? Brüderblock. Springt der Bruder mit der passenden Farbe gegen den Block, bewegt sich dieser in Pfeilrichtung. Da dieser Brüderblock nur für Forschungszwecke ist, enthält er keine Münzen, denn wir haben keine Subventionen vom Staat bekommen. Frechheit. Was mit dem Block da unten bitte los? Weird. Warte mal, ich hab noch nie ausprobiert, mit Mini-Mario dagegen zu springen, aber das geht nicht, ne? Wäre ja auch zu schön gewesen. Hm, noch mehr Blöcke. Nostalgie-Blöcke. Blöcke aus grauer Vorzeit. Es handelt sich bei Ihnen um reine Anschauungsstücke. Draufhauen bringt keine Münzen ein. Ah, schade. Nun denn, dieser stammt aus Super Mario Bros. Ich meinte Paper Mario. Scheiße, voll der heftige Fail. Das ist der Super Mario. Ne, das ist Super Mario Bros. Genau. Was ist das dann hier? Mario World? Ja, okay, jetzt rette ich gerade meine Ehre und das ist Mario 64. Ausgerechnet Dinos Paper Mario hab ich nicht erkannt. Ja, aber man muss auch sagen, die sehen jetzt nicht original aus wie in den Spielen, ne? Das ist schon auch etwas anders, finde ich. Also aus meiner Sicht etwas schwer zu erkennen. Hey, hier gibt's ne Musik. Cool. Und welche ist das? Zeig ich mal her. Ich finde es so scheiße, dass es nicht angezeigt wird, welche neu ist. Später werden wir überhaupt gar keinen Überblick mehr haben. Aber wahrscheinlich die Lach-Hochschule. Ne, ist kein schlechter Track, aber ich finde das Remake jetzt schon besser. Mal zum Vergleich. Also die Spannung ist hier im Remake doch krasser. Kommt eher zur Geltung. Oh, hier sehen wir einen Block, der dich wie die Pest hasse. Man spielt ihn sich immer hin und her zu. Allerdings wird er auch jedes Mal schneller. In späteren Mario- und Luigi-Teilen waren die eigentlich fester Bestandteil, diese Blöcke. Und ich hatte so gut wie jedes Mal keinen Bock, dieses Spielchen da zu machen. Man kann zwar doch ziemlich, ach schade, das war nicht gut. Man kann zwar ziemlich viel Geld bekommen, aber nun ja, es lohnt sich halt nicht. Der hier ist schon cooler, weil der variiert. Mal muss Luigi springen, mal Mario. Dann musst du halt immer gucken, gucken, gucken. Coole Sache. Ah, warte, wir wollten den anderen doch auch noch reden lassen. Das zieht sich wohl leider durch jeden einzelnen Block hier. Aber ich finde es gut, dass man da einen Musik-Track versteckt hat, weil ich glaube, im Original gab es an der Stelle sogar gar nichts. Falls ich mich täusche, auch gerne berichtigen, aber ich... Wer war das denn? Wahrscheinlich so ein Lasersniffet. Ja, also ich kann mich auf jeden Fall an nichts erinnern. Da gab es nur diese Easter Eggs, was ja schön und gut ist. Aber mehr halt auch nicht. Du sollst sterben. Stirbst aber nicht. Meine Güte, ey, der tankt echt eine Menge. Also was ich auch mache, ich kann ihn nicht besiegen. Was echt blöd ist. Aber na gut, lasst uns dennoch mit Habsbrüder Plus noch einiges an Schaden rausholen. Wirklich viel gebracht hat es nicht. Und ich lasse mich schon wieder treffen. Warum? Okay, man muss wirklich bis zuletzt warten. Der arme Mario wird nun aber... ...einen Pilz benötigen. Den wird er auch bekommen. Von daher müssen wir aber noch einmal ganz kurz... ...zwei Gegner killen. Was hingehauen hat. Super. Mittlerweile bekommen wir auch ziemlich viele Superpilze und Super Sirupe. Das ist schön. Aber da wir bislang ja kaum normale Pilze und Sirupe genutzt haben, können wir ja erstmal damit arbeiten. Falls wir aber mal in einem Notfall, mitten in einem Kampf, ähm, uns heilen müssen, dann bieten sich natürlich diese Items eher an. Klar, ne? Und plus vier bei Bart. Das ist awesome. So, jetzt ganz schnell heilen. Ja, man sieht's. 60 normale Pilze. Aber Superpilze haben wir eigentlich auch schon ziemlich viele. Mir ist es nur jetzt, äh, letztens so richtig aufgefallen, dass man die häufiger bekommt. Wahrscheinlich kriegen wir sie schon seit 20 Parts und, äh, mir fällt es erst jetzt auf. Wäre typisch, ne? Ich mag aber auch das Design dieser Lach-Hochschule. Ja-ho! Oh, cool! Ich hab grad ne neue Hose bekommen. Die Hochschulhose. Wow! Und plus fünf bei Angriff. Was geht? Epic! So, mehr KP wären bei Mario, aber ganz geil. Heut läuft wieder so richtig bei den Level-Ups. Jetzt zeig' aber mal her. Lohnt sich diese neue Hochschulhose? Ich wollte nämlich gerade wieder, ähm, diese KP-Hose anziehen. Die bei Mario nicht verkehrt ist. Erhöht Verteidigung bei Statuseffekt. Jaaa... Ich glaub, die geb' ich dem Luigi. So. Und Mario bekommt... Wo ist sie? Warte mal, war das gar keine Hose? Oh, shit. War das ein Orden? Ah, da. Bei Solo-Sprüngen erholen sich KP. Oh, wobei. Das haut meine Werte, aber derbe nach unten. Gibt's nicht noch was anderes? Alter, was zum Teufel? Ah, da. Den hatte ich vorher. Stimmt. Brüderrock. KP-Erholung bei Solo-Sprung-Attacken. Hm. Naja. Das Ding ist halt, dass dadurch leider auch, äh... Meine Angriffskraft um 8 sinkt. Kann's ja nicht sein. Nee, lass mal so. Du wirst Stress, ja? Ach, es sind ja nur so zwei so Dödel. Können doch nix. So, aus taktischer Sicht springe ich jetzt mit Mario, weil er geheilt werden muss. Neuen KP, das ist doch, äh, voll in Ordnung. Vielleicht schafft es Luigi, ganz alleine mit dem fertig zu werden. Antwort lautet Ja. Sehr schön. Wunderbar, Luigi. Okay, wir bahnen uns weiter unseren Weg durch die Lach-Hochschule. Und treffen auf einen weiteren Virus. Aber ich weiß gerade gar nicht, äh, wo wir lang gehen sollten. Vielleicht erst mal hier lang, weil da... ...sehen wir schon einen dieser neuen Blöcke. Der Zufallsblock. Am besten stehen immer beide direkt unter dem Block, damit man da nicht erst noch berichtigen muss. Das habe ich im ersten Moment nämlich nicht richtig gemacht. Dann aber später gut berichtigt. Alter! Also so lange haben die aber im Original nicht durchgehalten, du. Ich habe das Gefühl, die halten jetzt ungefähr doppelt so lang. Sprich, man bekommt auch doppelt so viele Münzen raus. Eigentlich hat man in dem Spiel keinen Geldmangel, also... ...nötig war das jetzt nicht... ...möchte mich aber auch nicht beschweren. Geld ist Geld. Und schon wieder einen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Den Permanetto. Netto Markendiscount. Nein, Spaß. Erhöht die Sprungkraft bei Schwerkraft. Alter, plus 20 KP. Aber auch 16 BP runter. Oh, nee, du, das sieht mir nach keinem guten Deal aus. Also man kann es natürlich machen, ne? Ähm... Dann wird man aber ziemlich viele Sirup brauchen. Ja, vorbei. Warum eigentlich nicht? Wir haben ja so viele. Also normalerweise nutze ich sowas nicht. Ja, das ist ein Orden, der gar nicht zu meinem Spielstil passt. Aber... Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Let's go! Ne? Ist doch so. Übrigens der Grund, warum ich hier so viel schneide, ist der, dass sich sehr, sehr viele Kämpfe leider in der Lach-Hochschule... ...wiederholen. Also auch vom Squad her. Vom Gegner-Squad. Und äh... ...dann wollte ich ja immer ein bisschen beschleunigen dadurch, ne? Habe ich schon am Anfang des Let's Place gesagt. Und das bleibt auch so. So, ich würd sagen, gegen den Kämpfer noch. Aber den Hinteren steine ich wieder raus. Vor allem, wenn es nur diese zwei Lasersniffes sind, dann ist das auch überhaupt kein Anspruch mehr, weil die können wir ja durch normale Sprünge besiegen. Wenn wenigstens noch dieser Jojo-Bruder dabei ist, oder... ...das... Wie nennt man's denn? Oh, yeah! Egal. Komplett neuer Gegner. Ein Robo-Cooper. An den ich mich nur zaghaft erinnern kann. Aber wenn er so elektrisch geladen ist, dann... ...empfiehlt sich, denke ich, eher der Hammerangriff. Reagenzglas. Stimmt, das war das Wort, das ich gesucht hatte vorher. Hä? Hä? Achso, stimmt! Wenn er so elektrisch geladen ist, dann greift er immer den Bruder an... ...bei dem's nicht so aussieht, als würde er ihn angreifen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Yay! Mario konnte endlich durch diesen Ring springen! Und Luigi auch! Ich glaub, jetzt hab ich's langsam raus. Ja, nice! Boah! Übrigens, auf den Reagenzglas-Gegner kann man doch drauf springen, wenn er so rot ist. Ich dachte, das würde nicht gehen, weil er zu heiß ist. Stimmt aber nicht. Ich glaub, der bereitet da nur eine ultimative Attacke vor und man sollte ihn... ...so schnell wie möglich umbringen. Tür-Code für das Sonnentor. Oha! Das müssen wir uns merken. Denn darum wird's gehen in der nächsten Folge von Mario & Luigi Superstars Saga. Wenn ihr wollt, dass die schnell kommt, dann könnt ihr doch gerne einen Support-Daumen da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis demnächst! Tschau! Schönenwebaku Buzgeschäft